Hallo bei Success, bemerkenswert, erfolgreich, mit Philipp Schnieders. Ich hasse Angebote, wirklich, ganz ehrlich, ich hasse es. Jetzt Angebote zu schreiben, wenn man überlegt, das ist irgendwie so ein administrativer Akt und viele andere Leute hassen Angebote auch. Die sagen einfach nur so, lassen Sie mir ein Angebot da und schreiben Sie mal irgendwie, können Sie mir ein Angebot darüber machen, wenn Sie wirklich kein Interesse haben. Dann ist das die netteste Form einer Absage, nach einem Angebot zu fragen. Also ist doch die Frage berechtigt, hast du ein bemerkenswertes Angebot? Wirst du mit deinem Angebot bemerkt? Wir reden jetzt nicht in allererster Linie über das Produkt oder über deine Dienstleistung, sondern erstmal über diesen Akt des Anbietens. Und das lohnt sich wirklich massiv, da nochmal reinzugucken, weil ich das auch aus meinem ersten Unternehmen noch kenne. Wenn ich da gefragt habe, den Vertrieb, so was liegt noch heute an, sagt mal, dann habe ich sehr, sehr häufig gehört, Ja, ich muss noch ein Angebot schreiben oder hier die beiden Kunden warten noch auf ein Angebot, das muss ich heute erledigen. Und da kommt immer wieder mit raus, dass das eher so eine administrative Verpflichtung ist für einen Auftrag. Damit du endlich mal einen Strich machen kannst bei Kunde gewonnen oder Auftrag erteilt, damit irgendwann auch das Geld auf dem Konto ist, muss ja auch mal dieses verdammte Angebot geschrieben werden. Und der Kunde will ja das Angebot ja auch nicht wirklich haben, denn der entscheidet sich ja nie nach einem Angebot. Es ist ja immer nur so eine Bewahrheitung, eine Verargumentation des Bauchgefühls, wenn er das Ganze auch nochmal liest. Tatsächlich bekommt er ja durch ein Angebot in den meisten Fällen kein positives Gefühl, sondern ein, wenn dann eher negatives oder ein schwarz-weiß mit schlechter Formulierung Gefühl. Also was willst du mit dem Angebot eigentlich verursachen? In meiner Welt ist ein Angebot ein sehr wichtiger Schritt für den Vertrieb. Das heißt, es muss hervorstechen, es muss schon besonders sein, es muss auf jeden Fall bemerkenswert sein, dass du überhaupt mit einem Angebot deine Chancen, Achtung, erhöhst auf den Auftrag. Also in den meisten Fällen verschlechtern wir mit einem Angebot eher die Chancen, den Auftrag zu bekommen, oder? Schau dir mal dein Angebot an. Was macht dein Unternehmen an dieser Stelle wirklich für Angebote? Was verschickt ihr an die Kunden? In den vielen Fällen ist das ein standardisiertes Tool von irgendeiner CRM oder ERP-Software, wo du dann die Artikel einhackst und vielleicht diese hässlichen Spalten dann auch noch hast. Dann wird einfach reingeklatscht, das ist der Artikel, zu dem Preis, Rabatt meinetwegen und dann Gesamtpreis, Zahlungsmodalitäten, sieben Tage auf Rechnung oder whatever, ist mir eigentlich egal. Aber wenn du dir jetzt mal dein Angebot wirklich anguckst, würdest du aufgrund des Angebots dir selbst einen Auftrag geben? In vielen Fällen ist das Angebot nämlich einfach nur ein neutraler Gegenstand, administrativ bearbeitet irgendwie und überhaupt nicht wert ist, wirklich noch weiter zu betrachten. Also es ist überhaupt nicht bemerkenswert. Hast du es aus deiner Sicht formuliert oder schon aus Sicht des Kunden? Lieber Kunde, damit sie die und die Leistung bekommen, das ist das erforderliche Produkt, was wir ihnen dafür anbieten. Das ist eine Formulierung, zumindest eher der Gedanke dieser Formulierung, den du auf jeden Fall für dein Angebot mitnehmen solltest. Abgesehen davon, Rabatte, No-Go, mach keine Rabatte, verkauf dich nicht unter Wert, dann setz den Preis irgendwie vernünftig an, aber setz keine Rabatte an, aber das ist sicherlich nochmal ein Thema für einen anderen Tag. Du sollst dich nicht über Preis verkaufen, sondern über Leistung. Und an dieser Stelle haut ein Angebot, was einfach nur völlig wertneutral irgendwo formuliert wird, das haut einfach überhaupt nicht hin. Also ein Angebot, ganz sicher, ist kein Selbstzweck. Wenn du meinst, du musst noch ein Angebot schreiben, dann ist das sicherlich, um diesen Punkt auf deiner Tagesordnung abzuhaken, aber formulier es doch bitte einmal anders. Du willst noch ein Angebot schreiben. Immerhin willst du diesen Kunden ja auch bekommen. Du möchtest dich für ihn stark machen. Du möchtest ihm deine Dienstleistung doch anbieten. Und niemand zwingt dich dazu, dass du es musst. Allerdings, wenn du es als administrativen Akt siehst, ja, dann musst du das sicherlich. Aber es ist kein administrativer Akt. Alleine an dieser Stelle scheitern so viele Menschen im Vertrieb, die nicht verstehen, dass sie mit ihrem Angebot einen ganz, ganz wichtigen Teil, wenn er dann richtig gemacht wird, im Vertriebsprozess machen. Und deswegen auch da nochmal die Frage, muss es denn wirklich abgegeben werden an das Sekretariat oder die Vertriebsassistenz, die vielleicht nicht die Wertschätzung für den Kunden entwickelt hat, weil das persönliche Gespräch da nicht gewesen ist, weil irgendwelche Hintergrundinformationen nicht gegeben sind. Oder alleine nur, weil das Mindset dafür nicht vorhanden ist. Ansonsten kannst du es ja nachschulen, das ist kein Problem. Aber der wichtige Punkt ist, ein Angebot ist nicht administrativ zu betrachten. Es ist ein wichtiger Vertriebsschritt. Und schau mal drauf, wie es gestaltet ist. Das ist wirklich ganz wichtig. Es muss keine Tabellen haben. Du kannst die Regeln brechen. Es gibt keine fest definierten Angebotsrichtlinien, wie das unbedingt sein muss. Erklär dem Kunden, was er bekommt. Mach es ihm schmackhaft. Nutze ein Angebot, deine Produkte oder Dienstleistungen nochmal richtig zu verkaufen. Und vor allen Dingen argumentiere, was er davon hat, wenn du ihm ein Teil anbietest. Oder vielleicht noch mehr anbietest, als du ursprünglich abgesprochen hast. Nutze das Angebot im Verkaufsprozess. Super, super wichtig. Dann die nächste Frage, wie kommt denn das Angebot oder wann kommt denn das Angebot auch zum Kunden? Übergibst du es persönlich oder hast du mit ihm eine Zeit verabredet, wo du sagst, naja, vier, fünf Tage wird das Ganze dauern oder bis zum Wochenende haben sie es auf jeden Fall? Mach es, denn das ist eine ganz große Chance, schon jetzt mehr zu liefern, als eigentlich vereinbart. Wenn du dem Kunden sagst, bis zum Wochenende und heute ist jetzt Anfang der Woche, dann kannst du es ihm morgen oder übermorgen schon schicken. Was spricht dagegen? Na klar, kannst du dem mehr Zeit lassen, aber was wäre, wenn du jetzt schon deliver more denkst und einfach jetzt schon überperformst. Ihm jetzt schon, obwohl er noch gar nicht unterschrieben hat, noch mehr Aufmerksamkeit gibst und zu sagen, hey, du bist mir wirklich wichtig. Für dich lasse ich mir nicht so viel Zeit, wie eigentlich vereinbart. Ich gebe dir mein Angebot schon jetzt, morgen. Das wäre doch eigentlich ein ganz cooler Punkt, oder? Bringst du das Angebot persönlich, gibst du ihm natürlich noch mehr Wertschätzung, denn eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Der Kunde entscheidet nicht nach Angebot. Das ist so in vielen Fällen die freundliche Form, wenn ich höre, ja, schicken sie mir noch ein Angebot, können sie mir da noch was schriftlich schicken. Niemand entscheidet deswegen über Ja oder Nein deines Angebots. Niemand. Und ganz ehrlich, nein. Das mag vielleicht Ausnahmen geben, aber sicherlich nicht die Ausnahme, die du jetzt im Kopf hast, wo du sagst, naja, da war das aber so. Wahrscheinlich nicht. Ansonsten lass es mich wissen. In den meisten Fällen ist es nämlich so, dass der Kunde immer nach Emotionen entscheidet. Das heißt, immer ist dein Auftreten vorher schon wirklich relevanter gewesen. Und das Angebot dient vielleicht nur noch als Argument für das Ja im Kopf deines Kunden oder für das Nein. Und ganz ehrlich, an der Stelle auch, wenn du dein Angebot siehst, schau mal wirklich mit offenen Augen drauf. Würdest du sie selber den Auftrag geben anhand deines Angebots? Dient dein Angebot dazu, den Auftrag zu bekommen oder eher abzulehnen? Ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele Leute einfach gar nicht so beachten. Also erstens selber mal drauf gucken, würdest du dir anhand des Angebots den Auftrag geben. Dann nachgucken, was hast du mit dem Kunden für eine Zeit verabredet, um sie zu brechen, um schneller zu sein. Jetzt schon. Wenn du sagst, naja, wir schicken dir das Angebot vorbei, dann komm doch einfach persönlich oder gib es dem Kollegen mit. Einfach zu sagen, hier, wir haben für dich eine schöne Wertschätzung. Pack es nicht in einen normalen Umschlag, mach es in einen farbigen Umschlag, in deine Mappe. Pack noch ein bisschen was dazu und ein Blümchen oder irgendwie noch ein Geschenk vorab, damit du Wertschätzung schon generierst, bevor du den Auftrag überhaupt hast. Darüber würde sich jeder Kunde freuen und ich bin mir sicher, du dich auch. Die andere Frage ist natürlich, was bietest du überhaupt an? Viele bieten erstmal gar nichts an, die haben gar kein konkretes Angebot. Und die sind so eher getaktet nach dem Motto, ich habe einen Bauchladen und wenn der Kunde irgendwas haben will, ja, dann soll er zu mir kommen, alles cool. Der kann mich ja fragen, ob ich das kann. Und dann gebe ich ihm darüber auch ein Angebot nach dem Motto, machst du dies? Ja, können wir machen. Machst du auch das? Ja, können wir machen. Ja, und Nummer drei, kannst du das auch? Ja, können wir auch machen. Okay, dann gib mir darüber mal ein Angebot. Ja, das ist so, ich hätte gerne Produkt 1, 3 und 7 aus deinem Bauchladen und die hätte ich gerne mal zusammen auf einem Zettel gesehen. Was ist denn das für ein Angebot? Also lass nicht anfragen, sondern biete es doch gezielt an. Mach es doch gescheit und gib dem Kunden direkt ein vernünftiges Angebot, damit er weiß, was er bekommt von Anfang an. Nach dem Motto, wenn du jetzt meinetwegen Softwareunternehmer bist, dann mach aus deiner Leistung ein Angebot. Konkretisiere das Ganze doch mal, damit sich nicht der Kunde irgendwas aus deinem großen Portfolio aussuchen muss, sondern sei spezifisch, guck dir eine Zielgruppe an, die du wirklich auch bedienen möchtest und formuliere das, was du kannst, auch als Angebot. In vielen Firmen sieht es doch einfach so aus, dass du wesentlich mehr kannst und ein viel breiteres Portfolio hast. Aber dein Produkt oder deine Dienstleistung viel konzentrierter sein könnte. Wenn du jetzt einen großen Bauchladen hast, dann fragt sich der Kunde, was macht er denn nicht? Also von Malerhandwerk über Grundstücksreinigung bis hin zu, ach wenn es noch sein muss, schneide ich ihre Bäume. Also es gibt in so vielen Fällen so unterschiedliche Dienstleistungen. Bleiben wir bei der Software zum Beispiel. Na klar kann Programmierer sämtliche Programmiersprachen und alles ist auf einmal möglich. Was soll der denn auf seine Homepage schreiben? Wir machen alles. Weswegen sollte man ihn denn anrufen? Was soll man denn von ihm auch an der Stelle erwarten, wenn er einfach den großen Bauchladen rausholt? Der kann Homepages machen, der kann Apps programmieren, der kann systemsteuerungsrelevante Sachen machen, irgendwie Regelungstechnik. Der kann irgendwelche sehr, sehr aufwendigen Logarithmen programmieren, wahrscheinlich macht er auch eine Suchmaschinenoptimierung und ganz normale Software programmiert er auch noch. Abgesehen davon in Schnittstellen ist er auch ganz toll. Also wenn du sowas auf deine Homepage schreibst und so mit einem solchen Angebot an deine Kunden herausgehst, wundere dich bitte nicht, dass du wesentlich weniger Anfragen bekommst, wahrscheinlich gar keine, wie eigentlich vermutet. Denn wenn du jetzt alles anbietest, bist du ja überhaupt nicht besonders, dann bist du überhaupt nicht bemerkenswert. Niemand braucht jetzt hier den großen Allrounder. Jemand sucht einen Spezialisten für ein konkretes Problem, was er lösen möchte. Und wenn du nicht sein konkreter Lösungspartner bist, dann wirst du nicht gefragt. Niemand sagt jetzt, hey, ich will jetzt hier alles haben, weil von der Systemsteuerung über Apps brauche ich dann auch noch eine neue ERP-Software und das soll alles selber programmiert werden, mit der Schnittstelle dann und so weiter. Das ist ein absolutes No-Go. Niemand braucht wirklich einen Bauchladen, sondern einen konkreten Lösungspartner, dass du im späteren Verlauf ihm dann auch nochmal ein bisschen entgegenkommst und sagst, naja, ich kann dir auch das machen und ich kann dir auch das machen. Das ist was komplett anderes. Es ist aber nicht Teil deines Angebots, mit dem du zum Kunden gehst. Und das ist der ganz große Unterschied. Das ist das, was viele Unternehmen einfach eklatant falsch machen. Wenn dein Angebot nicht konkret und spezifisch ist, dann wird es nicht bemerkenswert sein. Und wir wollen dich bemerkenswert erfolgreich machen. Das fängt aber schon bei deinem Angebot an. Nicht nur bei dem Zettel oder bei dem PDF oder bei dem Umschlag oder was auch immer du dem Kunden dann gibst, sondern in deiner eigenen Art zu denken, in deiner Dienstleistung, die du dem Kunden gibst. Was ist dein Angebot? Und ich wünsche dir von Herzen, dass du ein bemerkenswertes Angebot generierst. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich gerne, klick success.de. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Und wenn du diese Episode bemerkenswert findest, dann hilf uns bitte, den Success-Podcast noch erfolgreicher zu machen. Wir wollen von Tag zu Tag erfolgreicher werden, deswegen geben wir dir tägliche Impulse. Für dich und für andere, gib uns bitte deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und gerne mit Kommentar. Wenn du Lust hast, abonniere den Success-Podcast auf iTunes und auf Spotify. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Klick success.de. Bis dahin wünsche ich dir viel Success. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß, bis dahin wünsche ich dir viel Spaß, bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß, 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 bis Vielen Dank.